so hallo beim letzten mal hat uns die messe kistik manche mission schon ordentlich gequält wir haben es auch noch nicht geschafft nicht mal zum ersten checkpoint sonst wer jetzt nicht hier draußen aber ich will erst mal noch gucken was er noch so gebaut hat der gute chosen die ersten zwei level waren ja okay das ist jetzt 7 von 10 schwierigkeit was haben wir denn hier 8 von 10 schwierig haben wir schon gedacht okay es wird schwieriger nach oben scheiße very hard level oje da ist natürlich echt oje 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 dann wird das obere wahrscheinlich das krasseste level von ihnen sein na wir gucken mal rein ach du schade ich verstehe schon nicht der wird jetzt ja gleich unterfallen der da oben ach so war toll was chosen was ist falsch bei dir bin ich da gerade durchgekommen ah ja Joa, weg ist er, ne? Aber ich könnte noch hochkommen, indem ich ein bisschen... Ja, das würde noch gehen. Ja, moin. Oh, oh, no! Huh. Huh. Wie bin ich hier? Manchmal komme ich rüber, manchmal nicht. Was mache ich denn falsch? Außer alles. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Hä? Habe ich Anlauf genommen vorhin? Kann mich nicht erinnern, Anlauf genommen zu haben. Oh, oh, no! Hä? Oh, oh, no! Oh, oh, no! Oh, oh, no! Na, jetzt ist vorbei. Jetzt ist er da drin. Da kommt er auch nicht mehr raus. Cool. Oh, oh, no! Cool, cool. Ach, komm, ey. Ach, komm, ey. Nein, also ich muss den Drehsprung machen. Also nicht den Drehsprung, sondern den. Den da. Ja, dann geht's. Alles klar. Ja. Aber auch nicht immer. Äh, äh. Äh. Ah, manchmal komme ich rüber und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Entschuldigung Na toll Oh Gott ey Ey ich kriege den auch nicht mehr Hier gespinchumpt Da hoch Und dann da oben habe ich erstmal meine Ruhe Da oben habe ich erstmal meine Ruhe Okay Oh das war cool Okay Fast Nicht zu gut Nein geh doch einfach hoch Ach Joes Was hast du getan Äh ok Kann ich eigentlich auch den antriggern Und dann zurück Ah Das ist vielleicht die deutlich entspanntere Methode Also auch bei Hier gibt es wieder Panik Methode Und normale Methode So der kommt an Wenn er hier ist Will ich den umstellen Ist jetzt meine Frage Ich könnte es Das ist das Problem Ich weiß halt nicht Ob das richtig ist Ähm Hä Was war jetzt da verlangt Jetzt kriege ich es nicht mehr hin Mist Wenn er das gerade sei Ich habe den gerade so schön antriggern können Wie habe ich das gemacht So habe ich das gemacht Ok Also den Anfang kriegen wir hin Ok Jetzt hat das nicht funktioniert Mist So aber das ist jetzt schon mal viel angenehmer So Ich weiß halt nicht Ich lasse ihn jetzt mal blau Das ist mir lieber Ach Muss ich da Ich muss da vorher durch Ich muss rennen Ok Alles klar Ich muss da schneller durch Als der da oben kommt Oh Dass der Manchmal schneller kommt Als er soll Ist doof Wahrscheinlich ist das auch wieder Eher meine Beeinflussung Ja Also den da oben darf ich noch nicht antriggern Sondern erst jetzt Was War das jetzt richtig Oder habe ich an der Stelle schon was falsch gemacht Weil ich komme niemals bis zu dem großen mit einer kleinen Spin-Attacke Das haut mich hin Nein Mist Ach Kacke Oh der könnte jetzt natürlich auch einen Wandsprung da unten ansetzen Da würde man auch noch rüberkommen Nein Oh das war knapp Aber die Stacheln hat es jetzt auch noch gebraucht Ja Nein Sphär Warum mache ich das denn? Wenn ich schon wieder Fehler mache, die ich überhaupt nicht bräuchte. Ich bin wieder hängen geblieben. Ich bin wieder hängen geblieben. Ich kriege den Wandsprung nicht mehr hin. Was bin ich denn dumm, ey? Dankeschön. Geht doch. Aber wie soll ich denn da bis hoch kommen? Das verstehe ich nicht. Ach, das ist ja der andere Knopf, ne? Ah, ist ja der hier. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Z ist ja der Spin-Jump-Knopf. Ja, gut. Z ist ja der Spin-Jump-Knopf. Ja, ja, ich habe es verstanden. Das A hat mich irritiert, weil das A normalerweise bei SMB... Ja, der Spin-Jump... Oh, mein Gott. Ja, 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 ja. Blöd kann man halt auch sein. Jetzt habe ich die Stelle verstanden. Es ist halt immer noch die Frage, wie da ein Off sein muss. Das Blöde ist, ich kann ihn hier verstellen und ich denke, ich muss ihn hier verstellen. Aber ich weiß es halt nicht. Aber ich weiß es halt nicht. Schade. Uh, oh, oh, oh. Ja, das war jetzt wieder komplett vorbei. Oh, no. Ja, äh, hi. Na? Mensch, du gehst ja ran. Das ist ja gesprächig gewesen. Cool. Oh, ich habe den gekillt. Super. Das ist natürlich, äh, genau, was man tun soll. Nein, ich bleibe wieder hängen geblieben. Nein, geh da hoch. So. Schaffen wir es jetzt endlich mal da hinten weiter zu kommen. Jetzt wollen wir wissen, wie es geht. Und ich es nur noch umsetzen müsste. Es war so klar. Ach, ich könnte mich aufregen über mich selbst. Ja, genau so, wenn er mich. Und dann zerteilt er es sich und dann geht es da drüben weiter. Wieder ein Stück geschafft. Oh, no. Hä? Oh, no. Wo bin ich jetzt hängen? Warum war ich jetzt zu langsam? Warum äh? Ach ne, falsch. Erst antriggern, dann weg. Oh nein, da muss ich schneller raus. Oh nein. Nirgendwo hatten wir seine Ruhe. Traurig. Aber wenn da nicht bald dann der erste Checkpoint kommt, dann gebe ich das hier auch wieder auf. Weil das... ne. Ich habe ihn ja noch nicht mal gesehen. Kacke. Kacke. Okay, keine Ahnung, was jetzt alles... ein Fallschirm. Ein Fallschirm-Swamp kommt dann, okay. Der geht ja eigentlich dann auch erstmal klar. Na, ich... Ah, ich... Und dann kommt der nächste On-Off-Schalter, habe ich schon gesehen. Und da vorher keine anderen Blöcke kommen, ist es auf jeden Fall okay. Den hier nicht zu drücken. Weil entweder ich muss dann einfach drücken und ich muss ihn dann halt nicht nochmal drücken. Das kann man gleich wissen, hoffentlich. Wenn ich jetzt nicht wieder... ... diesen Sprung verhaue. ... 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 Okay. Ah, verstehe. Checkpoint, please. Yes. Oh boy, das wird ja auch interessant. Oh, das ging schneller, als ich dachte. Aber ich kann sozusagen, ja, das kann ich sehr gut. Dann kriegen wir das hin. Oh, ah, verstanden. So darf ich das nicht machen. Aber da könnte ich dann schon versuchen zu spinjumpen. Weil so kann ich nicht, ne? Vielleicht muss ich die auch anders timen. Dass ich die bewusst jetzt, dass die ein bisschen, dass die nicht gleichzeitig, weil die kommen relativ gleichzeitig raus. Und das ist wahrscheinlich schlecht. Wahrscheinlich muss ich da ein bisschen anders angehen. Ah. Ich weiß halt nicht, wie ich da... Ah, verdammt. Nee. Das war nicht, was ich wollte. Ah, warte, ich hab ne Idee. Das könnte ja doch funktionieren. Das könnte ja doch funktionieren. Nein. Dann dranbleiben einfach an dem Ding. Das könnte ja... Mal gucken. Jetzt kommt hier ein groß. Ah, nee, da kommt nur ein großer. Erstmal. Tschuldigung. Oh, ich bin ja komplett dumm. Ich kann ja dran vorbeirutschen jedes Mal, ne? Das geht ja sogar. Okay. Dann muss ich das nur so timen. Ja, okay. Mal gucken. Das wollte ich nicht. Das war genau das, was ich nicht wollte. Dankeschön. Oh, nein. Aber wie mach ich das denn da? Moment, wenn der... Äh? Fuck. Wenn der große raus ist, dann geht der nicht mehr zurück. Ich muss an dem großen direkt vorbei. Wenn der einmal raus ist, komm ich nicht mehr... Gitt. Oh, das wird ekliger, als ich dachte. Scheiße. Oh, scheiße. Warum mach ich das? Ich hab gedacht... Über... Über... Über den Spin, aber... Na? Aber das scheint mir nicht die beste Idee zu sein. Oh, yeah. Oh, je... Oh, no. Oh, no. Das war nicht so gut. Da kann ich den jetzt rein. Was soll ich hier tun? Oh nein! Die Frage ist, kann ich auf dem Swamp überleben, wenn ich auf dem Swamp spin-jumpe und er direkt über mir ist? Der andere. Ja. Dann kann ich ja darunter. Lull. Ah. Verstanden. Okay. Erstmal verstanden. Dann ist das gar nicht... Ja, super. Habe ich mich wieder einfach nur blöd angestellt. Ah, das war auch blöd. Mist. Toll. Wie einfach das auf einmal ist, ne? Ah. Ärgerlich. Ich habe alle Zeit der Welt. Das ist ein Fallschirmswamp. Ich muss mich da nicht hetzen. Ich hoffe, die anderen sind auch Fallschirmswamp. Aber wie ich Joseph kenne, ist denn genau einer keiner? Ups. Er hat die Wand nicht genommen. Ich weiß nicht warum. Er hatte keinen Bock auf die Wand. Wuppt. Woops. Bist du auch ein Fallschirm? Bist du auch ein Fallschirm? Bist du auch ein Fallschirm? Oder ist es so schlecht, dass du ein Fallschirm bist? Scheiße! Aber ich muss schneller da runter. Okay. Ich muss da deutlich fixer runter. Meinetwegen. Habe ich an sich jetzt eigentlich kein Problem mit. Äh? Hey! Kann doch nicht auf dem langsamen Swamp sein, dass ich da zu dumm für bin. Haben wir echt schon wieder eine halbe Stunde rum? Ist das ja unfassbar. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt dieses Level weiterspielen sollen. Nächste Part. Wo wir uns das Nächste angucken, wo wir dann erst recht scheitern. Oh, das war super knapp. Ich... Das... Das regt mich auf, dass ich da zu blöd bin. Der ist langsam. Warum bin ich denn... Warum checke ich das denn nicht? Warum checke ich denn nicht, wie ich den zu spielen habe? Das gibt's doch nicht. Der ist doch nicht schwer. Der ist doch nicht schwer. Der ist doch nicht schwer. Ja, ich aggressiv bin nicht, weil ich mich da spielen sehe. Oh boy, das war... Das war zu bald. Bald. Und... ... Ey... ... Ohne Witz... Undner satz... savoir voir isf... Auch nöner did... äh das war aus... viel besser viel besser sagte er aber es war besser ich habe nur leider nichts genutzt das ist besser das war knapp dieser tod da unten das ist so der der tod der mich gerade am aggressivsten macht weil das so dumm ist so richtig dumm ist der was von mir nicht von nicht vom spieler eben vom spieler von mir ist nicht von meiner stelle wollte ich sagen nicht von shows immer dekli Irgendwann der gleiche Scheiß da unten Kann doch nicht wahr sein Ich versteh's nicht, dass ich da sterbe Ich versteh's nicht Das ist halt einfach nur dumm Das ist halt einfach nur dumm Das ist komplett unnötiger Tod hier Na gut, das Seh ich noch ein Ah, ich mach Quatsch Ich hab nicht gespinjumped Es darf nicht wahr sein Oh nooo Wie kann man denn so blöd sein, wie kann man denn so blöd sein Es ist immer das gleiche Ich krieg's doch eigentlich hin, ich weiß doch wie's geht Was blöde ist, ich kann das andere Level jetzt nicht spielen, weil ich hier ein Checkpoint hab Wenn ich jetzt aufhöre, ist der Checkpoint weg Das will ich eigentlich nicht Ich hab auch keine Lust mehr Jetzt bin ich halt schon wieder zu weit Ah, es könnte noch gehen Ja, es könnte noch gehen Ja, es geht noch Okay, top Jetzt kein Quatsch machen So weit waren wir noch nie Ich weiß halt nicht, wie's dann weitergeht Ich geb's noch nicht auf, aber ich hör jetzt erstmal mit dem Part auf Mehr geht jetzt grad nicht Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal